Unwetter erwartet. Veranstalter sagen Feste ab und Kommunen bereiten Notfallpläne vor. Die Meteorologen sprechen von schwerem Unwetter, das in den nächsten Tagen über Deutschland ziehen wird. Einzelne Städte und Gemeinden bereiten sich bereits seit Tagen darauf vor. Vor allem in den Regionen Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg wird mit starken Sturmböen, Hagel und heftigen Regenfällen gerechnet. Daher haben viele Veranstalter beschlossen, geplante öffentliche Feste und Veranstaltungen abzusagen, um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten. Absage von Großveranstaltungen. In Nordrhein-Westfalen gibt es besonders viele Absagen. In Köln wurde das große Sommerfest im Stadtpark, das am kommenden Wochenende stattfinden sollte, vorerst gestrichen. Auch die Veranstalter des bekannten Straßenfestes in Düsseldorf haben schweren Herzens beschlossen, das Event abzusagen. Die Sicherheit unserer Gäste und Teilnehmer steht an erster Stelle, erklärte der Sprecher der Stadt Düsseldorf. Ähnliche Maßnahmen wurden in Bayern getroffen. Das berühmte Volksfest in München, das traditionell Besucher aus der ganzen Welt anlockt, wurde vorerst abgesagt. In einer offiziellen Mitteilung der Stadt heißt es, angesichts der Unwetterwarnungen und der Verantwortung für die Sicherheit der Bürger können wir das Risiko einfach nicht eingehen. Kommunen bereiten Notfallpläne vor. Die Kommunen arbeiten eng mit den regionalen Wetterdiensten und der Katastrophenschutzbehörde zusammen, um optimal vorbereitet zu sein. In vielen Bereichen wurden Notfallpläne aktiviert. Dazu gehören unter anderem das Einrichten von Notunterkünften und die Bereitstellung zusätzlicher Rettungskräfte. In einigen Städten lassen die Behörden auch vorsichtshalber Schulen und Kindergärten geschlossen, um Kinder und deren Eltern nicht unnötig zu gefährden. Der Deutsche Wetterdienst DWD hat explizit vor Sturzfluten und überlaufenden Flüssen gewarnt. Besonders betroffen sind die Flusstäler von Rhein, Main und Neckar. Hier wurden bereits Vorkehrungen wie das Bereitstellen von Sandsäcken und das Aufbauen mobiler Flutschutzsysteme getroffen. Appelle an die Bevölkerung. Die Behörden appellieren an die Bürger, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und sich regelmäßig über die aktuellen Wetterbedingungen zu informieren. Jeder sollte darauf achten, lose Gegenstände im Garten oder auf dem Balkon zu sichern und geplante Reisen gegebenenfalls zu verschieben, so der Sprecher des Innenministeriums. Auch der Deutsche Automobilclub, ADAC, hat Warnungen herausgegeben und rät auf längere Autofahrten zu verzichten, wenn dies möglich ist. Bei starkem Wind und Regen kann es leicht zu gefährlichen Situationen auf den Straßen kommen, warnt Werner Schmitz, Sprecher des ADAC. Versicherungen im Einsatz. Versicherungsgesellschaften haben bereits zusätzliches Personal bereitgestellt, um mögliche Schadenfälle schnell und effizient bearbeiten zu können. Wir rechnen mit einem erhöhten Aufkommen an Schadensmeldungen, sowohl im Bereich der Hausrat als auch der Autoversicherungen, erklärte Julia Meier, Pressesprecherin einer großen Versicherungsgesellschaft. Die Versicherer haben auch betont, wie wichtig es ist, etwaige Schäden sofort zu dokumentieren und sich umgehend mit ihnen in Verbindung zu setzen. Fotos und eine detaillierte Auflistung der Schäden erleichtern die Bearbeitung der Fälle erheblich, so Meier weiter. Unternehmen stellen sich darauf ein. Auch große Unternehmen und Betriebe treffen Vorsichtsmaßnahmen, um den Betrieb aufrecht zu erhalten und gleichzeitig die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten. In einigen Branchen, insbesondere im Bauwesen und in der Landwirtschaft, könnten die Unwetter erhebliche Beeinträchtigungen nach sich ziehen. Wir haben unseren Mitarbeitern eine flexible Homeoffice-Regelung angeboten und werden den Warenverkehr so weit möglich vorzeitig abwickeln, erklärte Stefan Müller, Geschäftsführer eines großen Logistikunternehmens. Auch die landwirtschaftliche Genossenschaft in Bayern hat Maßnahmen ergriffen, um Ernten zu sichern und Tiere unterzustellen. Selbsthilfe und Nachbarschaftshilfe. In den betroffenen Gemeinden wird die Nachbarschaftshilfe großgeschrieben. Viele Bürger organisieren sich bereits über soziale Netzwerke und lokale Gemeinschaften, um Älteren und Hilfsbedürftigen in der Nachbarschaft zu helfen. Gemeinsam können wir besser und sicherer durch diese Zeit kommen, so eine lokal organisierte Gruppe in einer Mitteilung. Insgesamt zeigt sich die Gesellschaft gut informiert und vorbereitet auf die bevorstehenden Unwetter. Trotz aller Vorsicht und Maßnahmen bleibt ein Restrisiko bestehen. Wir hoffen, dass alle Vorkehrungen greifen und die Auswirkungen minimal bleiben, so ein Sprecher des Katastrophenschutzes. Autorin Anita Farke, Freitag 31. Mai 24.